Hallo, ich grüße euch zum Wetter hier bei wetter.net. Na, wie geht's euch nach dieser warmen Nacht? Die Temperaturen lagen vielfach über 20 Grad. Regional wurden heute Morgen sogar noch Temperaturen um 26 Grad gemessen. Also ein Sommertag in der vergangenen Nacht quasi. Und bei Temperaturen über 20 Grad in den Nächten, da spricht man von tropischen Nächten. Ja, und es geht erstmal heiß weiter. Die Hitzschlaggefahr ist weiterhin hoch heute, vor allen Dingen Südwesten Temperaturen 38, 39 Grad. Aber im Norden wird es schon wieder etwas kühler. Im Süden bleibt es weiterhin sehr warm bis heiß, aber auch dort kann es dann ab nächsten Dienstag endlich mal wieder etwas kälter werden. Ja, schauen wir uns mal die Wetterlage vom heutigen Mittwoch etwas genauer an. Und wir sehen, heiße Luft strömt weiterhin aus Südeuropa Richtung Deutschland. Aber zugleich ist die Kaltfront von Tief Otto schon hier in Schleswig-Holstein und auch an der Nordsee angekommen. Und dort wird es heute deutlich angenehmer und auch kühler. Richtung Norddeutschland teilweise Temperaturen hier um die 19 Grad. Richtung Nordosten aber wieder 26 bis 30 Grad. Und im Rest des Landes wird es heute nochmal unerträglich heiß. Mit Temperaturen von 33 bis lokal 39 Grad entlang des Rheins. Vielleicht sogar knapp Werte zwischen 39 und knapp 40 Grad. Das müssen wir aber erstmal abwarten. Momentan ist es zeitweise ziemlich diesig. Da ist so ein bisschen Sahara-Staub in der Luft. Das bremst natürlich die Aufheizung deutlich ein. Aber ob jetzt 39 oder 40 Grad ist, ist es momentan einfach bulleheiß und unerträglich. Nun, wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Es wird zumindest im Norden und Osten kühler. Die kalte Luft, die kommt so ungefähr bis knapp vor die Main-Linie voran. Und das bedeutet morgen schon im Norden gerade mal noch 18 bis 27 Grad Wohlfühltemperaturen. Aber in der Mitte und auch im Süden Temperaturen nochmal teilweise über 30 Grad bis zu 35 Grad. Der Freitag bringt auch viel Sonnenscheintemperaturen dann 19 bis 30 Grad. Die tieferen Werte Richtung Nordseeküste und die höheren Werte hier im Südwesten. Am Samstag gibt es dann aber nochmal einen kleinen neuen Hitzepiek. Temperaturen dann schon wieder hier im Westen und Südwesten bis zu 34 Grad. Viel Sonnenschein. Und der Sonntag, der bringt dann den Höhepunkt dieser zweiten Hitzewelle mit Temperaturen im Südwesten von bis zu 37 Grad im Schatten. Es wird also nochmal richtig, richtig heiß. Danach wird es aber langsam kühler und dann wie versprochen am Dienstag kälter. Die Temperaturen dann am Tag gerade mal noch 16 bis 25 Grad. Ja, die gangene Nacht hatten wir 26 Grad. Also da werden die Tageswerte dann teilweise wieder unter den aktuellen Nachtwerten liegen. Noch ein Blick auf die Ensemble-Vorsage für den Südwesten Deutschlands. Und man sieht, es bleibt zunächst sehr warm bis heiß. Temperaturen bis zu 35 Grad. Und dann wird es Anfang nächster Woche kühler. Aber danach gibt es schon wieder Tendenzen, dass die Temperaturen dann leicht ansteigen könnten auf Werte um 30 Grad. Ja, und vor allen Dingen Niederschläge, die bleiben weitgehend aus. Man sieht eigentlich sehr wenige Niederschläge in den kommenden 7 bis 10 Tagen. Das heißt, die Trockenheit wird sich weiter verschärfen. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da bei unserem YouTube-Channel von wetter.net. Und ansonsten gilt, fleißig unseren Channel abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.